Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Runde. Hearthstone, TevinBrawl und der Alpen ist am Start und wir wollen ein bisschen TevinBrawl zocken. Ja, 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 hör auf. Zack, TevinBrawl Challenge. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das ist schwierig, das sind halt random Decks, ne? Boah, das ist immer gut. Jetzt bist du auf den Sack. Du bist platt. Mal gucken. Mal gucken. Dann wieder weiter leeren. Kacke. Da ist es Maddie. So geil. Alter, warte ich hier... What? Das ist für scheiß Karten. Was? Okay. Die ist hart. Steam Deckab, Alter. Das ist assi, ne? Alter. Was? Ich kann schon mal sagen, ich hab insgesamt 3 Legis schon entdeckt. Mindestens. Okay. Ich hab noch nichts Premium gehabt, das gezogen. Okay. Ich hab noch mal gucken. Ist das sicher? Ist das sicher auch. Ist das sicher? Ist das sicher? Oh, hier ist mein Bildschirm ausgegangen. Nee, du cheatest jetzt. Nice. Schnell, schnell cheaten. Ja, ich guck ich so auf dem Feld, so 50 Monster, alle 10 10 Angriff. Was? Vier Legis. Sorry. WTF? F!*ck. Was ist denn das? Hier wird Merchstein ein attack. Okay. Ahnm. Ich stelle mich. Ahnm. Ich stelle mich. Schigo! Oh, okay... Glacias auf der Hand. Ich würd bei mir nicht scheiße Alles wird rot in der Hand Alle Monster kosten 2 mehr Die ist schon mal kacke, die werden wir nicht spielen Die bringt mir jetzt nicht wirklich was Ich bin der Alpen, ich buff meine Viecher Den Alter, kannst du mal aufhören auf Face zu gehen, was soll denn der scheiße hier Das verstehe ich Hast du ein Face-Handgerat? Nein, Face mag nie Der leuchtet so cool ne Freue mich schon, wenn ich meinen Charmi Golden hab Noch 100 100 Wins ne Was? Nein, der ist Assi Der muss weg Das hört sich nicht gut an Das hört sich nicht gut an Oh fuck you Really? Als ob ich von Fledgings Ich habe leuchtet Alter Du verarschen Oh cool, ich darf mich heilen? Ja, holst du hier. Ey, so ne Scheiße. Ey, so ne Scheiße, Alter. Da hab ich mal wieder voll reingelackt ey. Das finde ich aber freundlich. Kein Torhund, nix, nix habe ich hier alle. Ja. Halten. Fuck you. Jetzt geht der Scheiße los. Ey, das hat man doch letztens auch schon. Oh geil. So'n Schmarrn. Ja, hätt ich mein Dingens gemacht. Meine passive. Okay. Okay. Scheiße. Alles Scheiße. Ja, immerhin hast du den Varian drin. Ja. 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 Mitgemacht. Hör mal. Hier. Willst du meinen nächsten Legi zeigen? Ja, what the fuck. Dann hab ich noch hier Dingens Captain Greenskin auf die Hand. Bitte? Okay. Und im Deck war noch diese komische, die neue Legi vom Kudu. Ja. Sagen Sie. ...nommal! So. Dann gehen wir jetzt. Na, komm. Spielen mal den. Nein, warte, warte, warte. Den kann ich ja schon in- und auswählen, das ist ja langweilig. Gib mal den. Schwierig, schwierig. Hast du auch für Hunter dieses Dingens, den neuen Champ? Jo. Alleria oder so heißt die, glaub ich, ne? Ja. Das ist mega cool, ey. Die will ich unbedingt haben. Eine Lattie hab ich gemacht. Nur Scheiße. Zwei Lattie. Boah. Boah, wie assi ist das denn? Boah, ist das assi. Ich hab hier etwas gefunden. Wo ist die Karte, assi? Ist ne neue. Die geht so. Ich knall oder was? Ja, ja. Fizzle Bang hab ich. Hm? Das ist ganz cool. Aber ich hab ne andere, die ist ein bisschen assi. Die siehst du jetzt gleich. Die find ich ein bisschen... Wo ist die sieben, alter? Wo ist das assi? Ja, aber nur für einen Zug, oder? Ja, aber es ist trotzdem voller Hardassi, alter. Aber ich hab nicht so geile Karten, ey. Pass auf, Alter. Ja, ich hab schon geile Karten, aber jetzt nicht für Eurling. Aber jetzt pass auf. Och, nö, alter. Dat fuckt richtig ab. Dat fuckt richtig ab. Verloc Paladin. Oh, is what you? Oh, fuck you. Aber... Down. Das war Murdoch rufen ja. Ja, genau so läuft das. Genau so stell ich mir das vor. What? Das Game ist schon durch, alter. Jawohl, alter. Drei, sechs, elf. Ja, das ist durch, alter. Vierzehn. What? Ey, ich hab... Oh, Kings Defender. Schön. BAM, Alter. Du, Killer. Ja, Murloc for the win. Ja, die ist echt assi, alter. Die ist aber geil. So, mach ich das. Ja, klar, natürlich. Als ob ich das auf mir sitzen lass hier. Hihihi, alt, alt. So. Nächste. Oins, oins. Oh, die ist so geil, ne? Und wie die gerufen wird, alter. Äh... Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Ist sicher. Jetzt auf der Hand, ja. Okay, krass. BAM! Da. Das ist auch, Assi. Jetzt hat er einen 6er-Vier schon. Puh. Das ist richtig, Assi mit Karten, Ziehkarten. Find ich gut. Aha. Und das ist jetzt... Das wäre jetzt kosten, Alter. Ja. Zerstör den ruhig. Ja. Verdammt, das stimmt. Ins Gesicht, hör mal. Ja, ins Gesicht. Ins Gesicht. Ich kann nicht fallen. Ist das scheiße? Ähm. Die ist kacke. Are you afraid? Ja, ich finde die auch nicht so geil. Aber da du dich als Dingens healst die ganze Zeit, also heilen kannst, geht das eigentlich voll klar, ja. Hier das an beiden vier Damage machen, ne. Gucken wir, das kommt jetzt. Kommen die Drecks tölen. Möhh. Wie ist das denn? Das ist das, ich bin der Digg. Das ist das, ich bin der Digg. Ah, das ist das. Oh, cool. Möhh. Was das denn da? Doree, wirklich? Nee! What?! Komm schon, ach der greift den Falschen natürlich an. Jawohl, Alter. Wreckt! Die Karte ist assi, Alter. Jedes Mal ein Vieh ein weniger kostet, ey. Die ist auch zu Recht epic, finde ich. Ach! So, jetzt spielen wir jetzt hier, ja? Ach! Okay! Ach! Ja! Okay! Who's a good boy? Ein paar Hosenbord, Alter. Witz's nicht, wenn du eine Tollinova hast, Alter. Ja! Ja, das wär nicht schlecht, ey. Ja! Aber wir sind geschickt. Ja, ich will die Karte loswerden, ja. Dann die loswerden. Komm, bitte! Ja, geht doch, Alter. Ey, schon wieder so ein Tüdel. Ja! Wann hab ich's gesagt? Zwei Legis hab ich bis jetzt gesehen, ne? Silence and Demon. Was? Ja, der Kampfscherl bringt einen Dämon zum Schweigen. Okay, cool. Ja, bringen wir auch nix beim Priester. Ja! Doch, ich hab voll. Ja, mega die. Okay, ich hab drei Legis. Waaaaat! Fuck you! Chromagus! Was? Einen Drachen aufmachen. Nicht mal. Nicht schlecht. Ehh, der Möhl, Alter. Was ist das dann? Jetzt hab ich ihn wirklich gebt. Boah, was? Oh, gut! What? Was? 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 Was ist das denn jetzt? Die schreit alter als ob die so einen Cock in den Tank kriegt 2 1 Ausgleich jetzt dann Jetzt kommt der Mega Vorsprung warte Hatte ich schon, hatte ich schon Spiel mal jetzt, Spiel mal den Ah 2 1 für dich Verdient natürlich Weil Hoffen das jetzt kein Mirror ist Okay, passt Mediv ist auch geil Ich mag diese Animation, wenn die gerufen werden Hat man überhaupt Zauberkarten? Hab ich schon mal ne Zauberkarte in der Hand gehabt? Sagt man Zauberkarten Bei wem? Jetzt hier allgemein Hast du schon mal ne Zauberkarte in der Hand gehabt? Ich hab grad Alzheimer Schau mal Irgendwie nicht ne I'll never tell I'll never tell Rekt Rekt Du Assi Ich hab aber nen Bug hier Ich hab immer hier Zuschauer-Motor stehen von vorher Was soll das? Damn, Alter 1 1 jetzt gib ihn Ruhe, Alter Was ist denn das, Alter? Ey, frag mich nicht Ich hab immer gewarschen 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 Witz Ja, f$%$%$%& Er hat's verhindert Schmeinerei hier Ah, ein Schieß auf meiner Seite, Alter Mhm Ah, nochmal gerettet So Aber hier bist du jetzt noch kein zweiten Mensch, also So Premium ist das nicht Da ist n' mich Ja, der bringt mir aber nix Ich weiß Ah, der bringt mir was Ach, nö Murlock Power Bitte n' scheiß Murlock, bitte n' scheiß Murlock Ja, hab ich bekommen Den richtigen Camp Murlock Plus zwei Health, ist das kein Murlock? Ach, das ist nur Battlecry Ach, nö Nach der Runde bin ich aber einmal Cappuccino machen, ja? We have many secrets Was soll denn das? Was hat der denn getan? Oh, der kann mich wegmachen Hier ist ein zweiter Ding Ah, fuck Scheiß Murlock, Scheiß Murlock, Scheiß Murlock Oh 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 Tataa Boah, krass Ja, der bringt dir was ohne Ohne Zauber, Alter Ohne Zauber, Alter Ablenkungsmalle über Oh, fuck you Oh, Alter, fuck you Da war sowas von Oh, keine Medi, Alter Pfff, bitter Ah, Ronan Die geile Saudi Sechs, neun Du hast mir G, oder? Ja, ja, ist GG Sind die Zauberkarten? Ja, es gibt keine Glaub ich Nein, es gibt keine, es gibt random Decks, Alter Oder steht da nur ein Ding? Nur Monsterkarten? Nee, da steht random Decks Ja Sind die Zauber? Keine Ahnung